Die MIG 34 hat einen Turbo-Dieser-Motor mit 34 PS. Die MIG 34 ist besonders gut geeignet für Gehwegreinigung und Rasenpflege. In einem Arbeitsgang wird Unkraut beseitigt und aufgesaugt. Der Kiergutbehörter kann sowohl Straßenschmutz als auch Schnittgut aufnehmen. Durch die optimale Luftführung im Abluftsystem wird der Staub- und Polenanteil deutlich gesenkt. Das ist umweltfreundlich und schützt allergischer. Die MIG 34 hat eine Gesamthöhe von unter 2 Metern. Selbst aus Mäh- und Saugerät ist sie nicht höher. Die B-Decks für die MIG 34 sind auch für das Nullchen geeignet. Die MIG 34 hat serienmäßig eine Klimaanlage. Die symmetrische Knicklenkung ergibt eine 100%ige Spurtreue. Dadurch wird die Grasnarbe geschont. Durch die 40 Liter Hydraulikleistung lässt sich Wildwuchs mühelos beseitigen. Die MIG 34 ist ein richtiges Mehrzweckfahrzeug und das macht sie so einzigartig. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020